Es ist und bleibt ein Stage-Piano, aber ich denke der Sound geht okay. Ich habe hier zwei Synth-Sounds benutzt bzw. sogar drei Synth-Sounds benutzt, die habe ich auf der Tastatur ein bisschen verschoben, ein bisschen verteilt und soweit das eben geht mit den Möglichkeiten angepasst. Ist nicht mega, aber auch das funktioniert auf jeden Fall, wenn man nur mit dem Luma X als alleiniges Board los möchte. Ich habe hier zwei Synth-Sounds benutzt.